Los, Chaos-Kätzchen, jetzt! Das ist eine Tordastrophe. Und meine Reifen sind so platt wie Pfannenkuchen. So kann ich auf keinen Fall weiterfahren. Unmöglich. Kümmern wir uns um unsere Ballonkörbchen. Wir müssen den Freundschaftstag-Wettbewerb gewinnen. Irgendjemand hat uns einen üblen Streich gespielt, Ryder. Ich muss der Bürgermeisterin Bescheid sagen wegen der Torte. Kannst du die Platten Reifen wechseln, Rocky? Rocky rockt. Wir kriegen dein Fahrzeug wieder in Gang, Chase. Schraubenschlüssel. Ryder! Was gibt es, Sky? Hier schweben Körbe in der Luft. Mit vielen kleinen Häschen drin. Die sind überall. Die Freundschaftskarten müssen warten, Sky. Bring die Häschen wieder nach unten. Ich bin der Flughund. Bis dann! Gut gemacht, Sky. Chase, Tennisballkanone. Wuff! Kanone! Wuff! Bitte schön, kleines Häschen. Hä? Was ist das? Hm, jetzt weiß ich, woher die Häschen kommen. Bürgermeister Besserwisser. Vielleicht möchten Sie uns mal erklären, was Sie mit den armen Häschen vorhatten. Häschen? Ich sehe hier keine Häschen. Ich wollte nur, äh, oh, äh, ich wollte Ihnen nur den größten Luftballonstraus der Welt marken. Mein allerbestes Freundschaftsgeschenk an Sie und die Abenteuerbucht. Ein Luftballonstraus? Natürlich. Hm, und wie ich sehe, haben Sie kein Geschenk für mich. Das bedeutet, ich gewinne den Freundschaftswettbewerb. Nicht so schnell. Aber, aber das ist ja das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Oh, husch, Pfoten weg von der grandiosen Torte. Keine Katzenhaare auf meiner Glasur. Wow, hast du toll gemacht, Rocky. Danke, Ryder. Oh, das ist fantastisch. Was sagen Sie nun, Bürgermeister Besserwisser? Es ist mir völlig egal, wie umwerfend gut aussehend Ihre Torte ist. Ich zeige Ihnen jetzt, wie unglaublich das Geschenk unserer Stadt ist. Hier, was halten Sie davon? Äh, äh, Hilfe! Oh, nein! Da hat man sich in der Spur verfallen! Oh, nein! Henrietta, versuch nicht, mich zu retten. Oh, wow. Noch eine Aufgabe. Oh, was gucken Sie denn so? Sie haben versucht, mich zu retten. Das ist das Netteste, was Sie oder sonst wer je für mich getan hat. Das tun Freunde nun mal füreinander. Sie meinen, Sie und ich sind Freunde? Natürlich sind wir das. Wenn Sie ein bisschen netter wären, würden Ihnen auch öfter nette Sachen passieren. Vielleicht ist das eine gute Idee, Freundin. Sky, das sind echt viele Luftballons. Versuch sie wieder zu uns zu blasen. Mach ich, Ryder! Wir müssen die beiden wieder auf die Erde holen. Chase, setz deine Tennisballkanone ein. Vielleicht triffst du ein paar Ballons. Ja, okay, Ryder. Mach ich. Wupp, wupp! Wupp! Obst, tut mir leid, Ryder. Ist vielleicht ein Platz an zu viel gewesen. Los, wir folgen Ihnen. Juhu! Weiter! Verflixt und zugenäht. Die Karten! Wupp, wupp! Leiter! Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Nein, nein! Was für ein Tag! Hurra, Marschall! Hör auf damit, hör auf, das Kitzel. Also das nenne ich Freundschaft.